Gucken wir auf unseren Pätschern, da bist du so ein Mann. Ja. Und wenn da wird, kannst du dich raus. Da ist er, der T-M50, T-M50. So, doch mal erzähl uns, was ist in diesem Auto. Ja, der T-M5050 ist ein sonderer Fahrzeug. Eure Applaus, kommt euch raus, zeigt euch einmal, bevor ihr in 30 Meter Höhe verschwindet.